hier ist bitte noch mal. Ich hab Maske gefunden. Das sind meine Äste. Ich könnte doch mal auf meine Äste treten, wenn da mein Name doch steht. Oh, bumm. Da zieh mich nah. Da ist ein Immortal. Es ist immer noch ziemlich nah. Willkommen. Weitwerfereigenschaft. Schaden kann es nicht. Ich hab voll in seine Lampen reingestochen. Schatz, du sollst doch in keine Lampen reinstechen. Leicht angekokelt. Oh. 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 Hey, Max. Heilen. Heile, heile Gänzchen. Boah. Mann, ist Schneeweiß. Länd dir gegen eine Lampe an. Es ist doch hier hinten irgendwo. Ich hab schon. Aber hier hinten ist noch so was. Also auf 120, da glitzert es noch mehr. Ja, hab ich doch gerade gemarkert. Ah, okay. Der Butcher. Jawoll, das ist besser. Bist du von rechts? Kann schon ein Indiz sein, dass wir den Butcher gefunden haben, sowieso schießen. Genau. Bei uns ist alles gut. Oh, Entschuldigung. Ich hab den Hausbesitzer getroffen. Aber Schatz, man klopft ja auch vorher an. Hier ist Verbrauchsmaterial. Ich hab den anderen Hausbesitzer getroffen. Hä? Das klingt hier. Oh, das ist sehr nah. Ja. Die ist direkt im Wasser. Die Wassertäuche. Jetzt mal, wir werden da aber in die Richtung müssen, hm? Ja. Ja. Ach nicht. Ja. Mann. Nein. Wobei. Aber sowas von Dioskuchen. Alles andere ist doch langweilig. Kann doch jeder. Juhu. Hast du gefunden. Ich sag ja, ich muss beim nächsten Mal einen Counter einstellen. Hier wird aber scharf geschossen, du. So häufig wie die schießen, müssen sie an allem dran sein. Boah ey, mein Mann. Hä? Ich hab doch gar nichts gehört. Nee, das war. Das war Heli. Entschuldigung. Es gibt aber einen kalten Winter. Boah. Das ist sehr nah. Ja, das ist da irgendwo. Ja. Das ist da irgendwo. Hm. Ist aber da weiter, wesentlich weiter weg. Jemand hat schon wieder einen Ast gefunden. Ich glaube, das war diesmal ich. Wei. Müssen wir, glaub ich, in den Häusern sein. Da gibt es noch eine Munitionskiste. So wie die hier vorne draufrotzen, ist definitiv hier. Ja. 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 Ich hab schon wieder einen Ast gefunden. Was machst du das denn? Drauftreten. Ja. 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 Ž food. Ja. Ja, Ja. Nie. Jetzt ein bisschen Schlagübungen machen. Meintest du mich jetzt mit Schlagübungen? Klar, warum nicht? 100 Dollar. Oh, nötig. Und da war er noch halt weg, ja? Ja. Und den darfst du. So, wenn ich ihn dann mal... Wo ist er denn da? Da kommt irgendwas aus der alten raus. Was ist das eklig? Was ist welche alten? Ah, hier, die da. Auf der anderen Seite vom, vom Berg. Die da? Ja. Das ist auch die Hexe. Immortals? Haha. Ich würde sagen, wir verschanzen uns hier in der Scheune und gucken, wo die hinrennen. Aha. Wenn nicht hier schon wer ist, das ist auch die Frage. Das werden wir gleich merken, würde ich sagen. Die können es ja mal herausfinden. Die haben gebrockelt. Ja. Ah, die erschlagen müssen wir mutig an. Das ist nicht klar. Das ist doch passiert. Ja. Ja. Hallo. Dann. 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 wo ist die älter ausschwärmen gucken sniper positionen kann auch nicht durch ein durcheinander durchgehen ich noch einen sparten wenn er braucht ist das schon mal noch hier ist munition die zombies kommen die kommen auf uns zu von wo sind schon fast vorbei ja sind schon vorbei in die richtung also richtung südwesten ja in die richtung schlagen hoch die wollen nach oben laufen vielleicht nach unten bei mir zombie verfolgt ich hätte nachladen müssen ja